Ihr habt euch am Finger verletzt und das Pflaster hält nicht? Dann passt heute auf. Ihr braucht ein Pflaster. Das schneidet ihr in der Mitte einmal ein und nur noch auf die Verletzung legen. Über Kreuz kleben, jetzt hält es erstmal einige Tage. Die Wunde kann heilen. Buchstaben entdeckt, schreibe es auf und schau, was zu machen ist in der Beschreibung. Wir sehen uns morgen wieder.